...angelegt ist, deutsches Sportpferd, hier mit viel Präsenz im Auftreten, immer bei der Sache, mit guten Reitpferdepoints, der Trab überragend, der Galopp gut angelegt, immer elastig, immer bergauf. Er hat es auch bereits sportlich bewiesen, süddeutscher Champion, heute gekört und prämiert. Herzlichen Glückwunsch, Kai Bablowska, dass er heute hier einen prämierten Hengst hat. Ja, wir gratulieren nochmal allen Züchtern, Besitzern der gekürten Hengste. Wir bedanken uns auch bei den Ausstellern und Züchtern der heute nicht gekürten Hengste. Wir drücken die Daumen morgen für die Option und bitten jetzt die gekürten Hengste, einmal die Bahn zu verlassen und dann werden wir unseren Prämienhengst noch ein wenig feiern. Einmal die 115 zu uns in die Mitte bringen und die anderen Hengste in Ruhe aus der Halle fühlen. Ich weiß, wir sind die Verbreitung. Ich weiß nicht, wir sind heute hier in den Karten, wir sind heute in der Evangelistin. Bitte sehrrito. Ja, oder? Jetzt wird er bei den Hasen trap separatet. So, die Scherbe ist gerichtet, an der Hand von Matthias Reichl, bewährter Baden-Württemberger-Züchter hier, der Bremen-Hengster-Sattelkörung 2018-Masterpiece von Millennium-Track-Team Adi-Shan. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, das war Masterpiece. Sie haben jetzt Zeit.